Hallo Leute und Willkommen und die Kurve ist kacke, stimmt's? Nein, seltsamerweise nicht! Die Kurve geht, es ist kein Fail! Mario freut sich auch. Ihr seht es, Mario Kart wie mit Ghost immer noch. Er ist noch da, er ist noch nicht nach Hause weinend gelaufen, wegen... Ihr wisst wahrscheinlich schon was. Je nach dem, was du zuerst durchlesst. Ja, ich geh nach der Reihenfolge. Ich versuch's wenigstens, wenn ich jetzt noch die Übersicht behalte. Echt mal, weil in dem Ganzen, was wir da haben? Wir haben uns jetzt entschlossen, statt hier mehr Spieler 2 zu machen, machen wir einfach jetzt hier gegen... Den Nintendo World Fußball Club! Per Wifi Connection. Hast du, oder bin ich ja schon wieder. Weil uns die Computer gegner einfach zu leicht sind, auch wenn wir die auch normal hatten, wir konnten die natürlich auch... Aber das war auch raus zu langweilig. Ja. Ich spiel auch internetmäßig in den Ferien, alles an Mario Kart. Und ich habe wenigstens jetzt alles Linkron-Grie wenigstens durchgemacht, also... Alles Gold. Und bin trotzdem noch ein goeiner Lenkradfahrer. Warum auch immer. Ja, du hast auch ein Lenkrad. Das zählt. Das Gold heißt, wie auch du das Lenker benutzt. Ja, aber man schauen auch noch Lenkrad mit Sternen. Ja, das ist dein Grand Pistrag. Ich hab's voll. Oh, alt Meiner. Irgendwann macht er noch. Und scheiße. Ich bin tot. Wo ist es ein Ding? Mach einfach. Oh, das ist richtig. Richtig, richtig viele. Oh, ich bin der Richtigste. Ja, das ist ein Player. Silverback, Franzose und irgendein 26er. Das Y-Glan-Symbol soll irgendwie seltsam aus. Der stöder! Nein, das sind... Ach, man. Japaner hier. Zahnungsmittel. Yen? Genau, Yen. Ich hab' keiner, ob das richtig ist. Ja, ich glaub' schon. also ob das das im Wohl ist nicht dein Ernst dass die Welt die gerade haben nicht dein Ernst mit Bauarbeit dann nimm die doch um wenn ich top als hab ich mache euch alle kalt was ist denn so besonders ich bin schnell das ist wie ein Kack Quack Quack nur für schwer mein Quack Quack ist nicht schnell, meins hat nur sau extreme Beschleunigung hat aber Tempo so also von so wenn die Dinge so also geringer aber es kann auch nur kleiner Fingerabstand, großer Fingerabstand falls es einer nicht verstanden hat und ich kann innerhalb von 0,5 Sekunden auf mein höchstes Tempo scheiden da du ja auch ein kleiner das kleine Beschleunigung schneller kacktempo und ich hab gewicht null äh wenn ihr so ein bisschen funky kommen wie in die Quere kommt ein bisschen gegen die Ferdinand oder so damit zu der Probeilung sind als erster ist hat die Komponente Meisterrechtspräck der Soppen alle Brüse oder die haben einfach nur die Wanderung da einfach aber ist die Spielerverdämmung er hätte er bezieht er hätte so sein das ist das ist ja schon fertig der Wengel Ja, ne, doch. Tatsache. Ein Stern, die Scheiße im Namen trägt. Oh, der ist ja auch nicht. Was ist denn das für ein Fahrermann? Der ist rausgegangen wahrscheinlich. Aber der ist da nicht mehr dabei. Ich wies es nicht. Ah! Boah, da hat grad irgendwie ein Backe. Ne? Nö, hab ich nicht. Naja, so lange das nicht so extrem ist wie vorhin. Ist alles in Ordnung. Ist alles in Ordnung. Ja, die sind ja echt 10 years old. Regenbogen-Bowl-Wall. Ey, ich hatte das schon mal, da arbeiten die nach fünfmal Regenbogen immer noch diese Welt. Und ich hatte mal, wo alle, ganzheit Luiches bist, die noch mal alle haben mitgemacht. Die kam immer. Und dann, glaube ich, zwei Stunden. Ja, die verrückte Bowserwelt. Die GBA-Wels und die finde ich gut. Wie ist das? Ich werde das mal mal aufgeben. Aber jetzt noch nicht mehr. Und ich bin mal laut, die noch. Bist du bereit? Für ein Battle? Zum abkacken? Das reicht nicht. Das reicht nicht. Das reicht nicht. Eine Stunde haben wir ungefähr. Oh! Das zieht locker. Ach du, das tut mir aber leid. Ach du, das tut mir aber leid. So. Mann, der Königspiel bringt mir hier gar nichts. Natürlich. Ich bin hier in den ganzen Kurven. Nein! Oh, der war geil. Oh, der war knapp. Überholt die mich echt. Fail. Camper, Camper. Camper, Camper. Äh, schon wieder 3er Pils? Nein, oh voll. Ich bin hier noch nie drin hier vorne. Und noch nie hast du mich überholt. Hä? Was sollst du mal vor dir? Ich hab' noch mal getroffen. Und werd' selber auch noch übelst gekillt. Hallo? Oh, der Sniper! Du eine Arsch! Nein! Oh, ich bin schon wieder. Oh, ich bin schon wieder. Oh oh. Ich war nicht erster. Der blöde Panzer trifft mich trotzdem. Mal's einfach mal kackfrech so. Mal mit Pilz rüber. Mal mit einem Stern durch. Mal mit einem Stern durch. Hallo, Jan! My친ff wo der erste distelliert. Nein! Mein erster Fail! Mit tot! doch da ist immer der gleiche Fail! steht paljen schlezende Scheiss! Neinin! Bei dieser erste erzeugung bin ich jetzt gerade richtig am Fail gewesen! In der mit usu! Ja, der andere war gerade irgendwie am Fail, mein Panzer hat ihn schon getroffen. Aber das ist aber später eine Zeit. Richtig und... Richtig mit Pilz. Mit der von mir... Oh nein! Ich hab keine Schnur um. Das ist ein bisschen... Ist das deine Auslehne? Ja. Ich kenne sich im Fernsehen weggeschmissen. Du weißt, dass bei Internet auch manchmal Spiele kommt. Ja, das weiß ich. Naja, das kann ich langsam jetzt tun. Das ist ja kein Problem. Ich kam Spiegelgräumt wie durch. Und da fand ich sogar manchmal leichter als normal rum. Nur, dass ich die als Abkürzung nicht eine Übersicht hatte. Oh, wir drei so ein bisschen mal angepackt zu spielen, mach ich auch wieder von mir. Fertig! Erster! Ne, ich bin glaube ich letzter. Du bist letzter. Ja! Ich glaub, sie sind alle rausgegangen. Ich glaub, sie sind alle rausgegangen. Nee. Oh, Minus. Ich hab 5.667 Punkte. Ey, ich bin so gut. Es ist bei Metro die 7.000. Das schaffe ich noch. Das schaffe ich eh noch. Das schaffe ich eh noch. Regenbaugen. Wenn wir gegen nicht fehlen. GBA Borsa-Festung. 3. Ja, das ist die aber. Ja, das ist die Monsterbrille. Das ist die 100-fache vergrößert. Nein. Ja, die mag ich auch. Heiferteil. Stimmt. Kacke. Was ich da ja von Zorsprung hatte. Leider kann man das nicht zu dritt machen online. Leider. Das ist ja auch cool gewesen. Leider ist alles. Dann ich. Dann alle Rest ist nur aufs. Hey, schweiß. Wir müssen aber nicht kaputt. Es geht alle. Ja, wir haben ja auch nur beide gegen Ende der Reihe. Ah, da waren nur die beide oder nicht? Mann, ja. Ja, wirklich nur die beide. Ey, ich bin mir nicht vomzelnut. Siehst du, kein Mensch macht das hier im Internet mit dem Springen. auch den Scheiß nicht schon die Rampel, ich hab das vergessen in der ersten Runde hey, die Sorge na, gar nichts mehr wegen der Internetversicherung hier kannst du einfach nur sagen, Hacker oder so oh man ey, das ist so nicht dein Ernst, ey ich kacke schon wieder ab und das Bike mag ich diesmal darf abgekommen, kannst du mit der Wolke spielen nein, auch abgesprungen, ey bei Spiegel finde ich das viel leichter nicht dein Ernst, dass der mich noch trifft ach, da mit der Wolke ja äh, ich bin letzter ich bin dritter urschletzter 5 von 8, 30 Sekunden ist es doch vorbei da geht nur so schnell fest, Alexi du weißt, dass du einen Sieg haben musst, um später Spieler freizuschalten ja, 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 lass mich und ein Sieg zählt, wenn du Punkte kriegst ey, ich war mal 6500 da, ja ich glaub, der Internet ist für dich zu schwer äh, das ist sim weil ich ja auch nicht mal mein Fahrzeug noch richtig ist was, der erste? ich war dritter Gott nur wenn der kacken Wolke recht zweiter gewesen na, hier sind doch so wenig hä? wenn sie Regenbogen hat, auf einmal wird sie letzter ja, ja GBA Scheigerstrand nein ja Regenbogen Scheiger hei, 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 hei hei, hei hei, hei hei, hei hei ah, da spielen wir ja noch Spiegel kein Problem da, ich mach' immer Funky-Kong weglocken da, ich mach' immer Funky-Kong weglocken oh, den hat zwei Sterne kenn und hallo Funky-Kong ich habe in einer Inkenntnis davon hat man die Wolke bekommen das muss auch ein Leben sein man, die scheiß Funky-Konger hallo 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 nicht dein Ernst 70 years old oh, Alter ich hab' ganze alle umgehobt danke ah Mist ja, die lassen mich alle hier keinen Winschatten, Nami ich hab' gar mal eine gepütztes Gefuhr heute ach, und ich bin letzter vorletzter vorletzte ne, ist nur 60 ne, ist nur 60 ne, ja achso Annika, jetzt immer Willi zu fahren verdammt fühle ich so wie sie nie und trotzdem ah, Mann hau mich Mann aus dem ich hab' das ganz oft geschafft auf der erste Platz ich war wirklich ganz weit vorne hab' mein Item gekriegt ein roter Panzer ich hab' den roten Panzer wenn ich auf der ersten Platz bin wo kam denn jetzt das kacke kommt hat mich auch immer zu schlecht vor ein vom 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 dem fern an das hier die ganzen das treffige Konten er ist jetzt so wie meine Punkte die Arme des Zweifels ja die Hauwürdig L L der Kette kann er vergessen wo er ich hätte schon eine Hälfte ist und so ja 9999 alle die mehr haben ist er nicht ich war doch nur 90,5 Prozent sie ist oft die sich die Verlagerung selbst in erster Linie die Jürgen was er jetzt hat sich immer noch aus die Bord jetzt kommt die anwesendung aussehen ich liebe die ich liebe die wirklich auf die Führung gegen mich es ist immer das das ist nicht die Stil von ihr nicht die Chance das war da ist ja so ein bisschen Samar ist das ja oder warum hat er jetzt das ja auch hier ist der beschädigte das war lecker und er so schlechter von dir das ist wirklich schlecht die 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 zum natürlich eine Wolkunde die erste so ein scheiß der Kleine die Zeit aber was du und das war ein und die Wälder nicht oben auf die Reihe die Uhr und dann hat man ein Item in den Saal und in die Lava rein immer alles rufst du mal alle drauf jetzt gibt es richtig Gang Bay toll bei dem Springdinger ich liebe diesen Pils frage mich nicht warum aber ich kann das ist ganz ja und ich kann noch nicht in diesem Weltraum ist feldauern der Beide ja die will ist auch weil er hat aber ganz so was sie denn zu nehmen ich habe ihn 2 und aber auch die Sterlinge natürlich eine Wolke das ist ein Hacker hier ist die Erste so und als im Verlangen der Ausgabe ein Pils und so ein nein 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 Nennengen vor Ort und aber nicht mit der Wolke mit der Kerstin hat ja aus dem Grunde genommen die Kaiserschläge ist das Thema später nur als er die erste so das schon fast die höchste Punkte Minus 1 2 so schlecht gefahren wird dann ist das bis 30 Punkte die Tausendte ich habe schon als dritter Punkt der Falle und habe ich mich ein bisschen verarscht gefühlt das Beispiel noch keine Nee die Welt ich bin immer noch wie die Wälder Busserfassung mit ihrem Mann Jan die haben die Hütte Bock auf Marius Pistole die etwas zufällig oben hat